Am Sonntagabend 23.10. wurden der Polizei gegen 19.45 Uhr Schüsse in der Bahnhofstraße in Bad König gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es dort auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Zuge des Konflikts sollen noch unbekannte Täter auf zwei, 46 und 24 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide Männer wurden im Bereich der Beine verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Zudem wurden mindestens drei weitere Männer mit Pfefferspray besprüht und mussten im Anschluss ärztlich versorgt werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor Ort wurden umfangreiche Spuren gesichert und erste Zeugenbefragungen durchgeführt. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass sich die beteiligten Personen kennen und es im Vorfeld der Tat zu einem Kontakt kam. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen wurden eingeleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017